Wenn Sie das Video jetzt zeitnah nach seiner Produktion sehen, dann sind wir ja noch voll in der Vorweihnachtszeit. Und das ist ja die Zeit der Geschenke und der Kinderbuchgeschenke. Also das ist ja der Klassiker für Kinder, ein schönes Buch zu Weihnachten zu schenken. Und wer jetzt schon mehrere Spätlese, nee Herbstlese haben wir, Spätlese haben wir auch, aber sie kommen immer durcheinander. Also Herbstlese, Abende besucht oder auch online gesehen hat, weiß ja möglicherweise, dass wir uns freuen dürfen, eine waschechte Kinderbuchautorin in unseren Reihen zu haben. Und wir sind mächtig stolz auf Jutta Wilke, die schon mehr als 20 Kinderbücher mittlerweile geschrieben und veröffentlicht hat. Also geschrieben hat sie vielleicht noch mehr, aber veröffentlicht hat sie zumindest mehr als 20. Und was ich Ihnen heute zeigen will, ist Ihr neuestes Werk, nämlich Das Karl-Geheimnis, erschienen im Koppenrath-Verlag. Und das Karl-Geheimnis ist eine Geschichte für Kinder, sagen wir mal so ab 10. Und es ist wirklich eine herzenswarme Geschichte und dabei auch ein bisschen eine spannende Geschichte. Und es spielt in Hanau und in Südhessen würde man sagen an der Trinkhalle. Aber das Buch soll ja in ganz Deutschland auch verstanden werden und deshalb ist es jetzt hier ein Bütchen. Also Sie kennen diese Bütchen, Trinkhallen, Kioske, die irgendwo stehen und Sammelpunkte für die unterschiedlichsten Menschen sind. Und ein solches Bütchen, nämlich das Bütchen von Karl, spielt eine große Rolle in diesem Kinderroman. Und es spielt auch eine große Rolle im Leben von Emil. Emil ist der Protagonist dieser Geschichte. Er ist zwölf Jahre alt und ist der Ich-Erzähler dieses Buches. Und er hat gerade ganz schön viele Probleme zu bewältigen. Also A hat er eine echt fiese Klassenlehrerin. Die Bertram. B, und das ist sehr traurig, sein Papa ist nicht mehr da. Und C, das hängt mit B zusammen. Seine Mama muss schrecklich viel arbeiten und hat wenig Zeit. Sie leben zu zweit. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden und Mama macht Überstunden. Und Emil versteht das zwar, aber er ist auch ganz schön viel alleine. Und deshalb verbringt er ganz schön viel Zeit auch an dem Bütchen von Karl. Und er hat eine Idee. Er denkt nämlich, Kriminalromane schreiben ist eine möglicherweise recht einträgliche Tätigkeit. Und macht es sich zur Aufgabe, einen Kriminalroman zu schreiben. Und hat immer so ein Heftchen dabei und schreibt dann wieder weiter an seinem Manuskript. Um damit mal richtig viel Geld zu verdienen. Und ja, diese Situation mit seiner Mama und ihm aufzubessern. Und er sitzt halt viel an dem Bütchen, besucht Karl. Da gibt es auch Kaugummi und da gibt es die unterschiedlichsten Menschen. Ganz kauzige und ganz nette Menschen. Und da gibt es auch Svenja, ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Und er liest auch immer mal aus seinem Manuskript vor, wie es so weitergeht. Aber der Weg zum Starautor ist hart und steinig. Und das Manuskript wird schwupps von seiner fiesen Lehrerin beschlagnahmt und ist weg. Und dann soll auch noch das Bütchen von Karl abgerissen werden. Und dann verschwindet auch noch Karl selber. Also es passiert jede Menge Fürchterliches. Und er muss jetzt mit Svenja das alles aufklären und dem hinterher spüren. Und ist quasi selber Teil eines Krimis. Und diesen Krimi lesen wir hier. Es ist also wirklich ein ganz schönes, herzenswarmes Buch. Es ist auch sehr schön illustriert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so in der Kamera gut sehen kann. Es gibt auch hier immer mal so kleine Seiten, wo er die Beteiligten dieses Romans vorstellt. Mit so kurzen Steckbriefen. Das ist auch wirklich sehr witzig. Und ist auch so ansonsten sehr nett illustriert von Ulf K. Der auch schon sehr schöne Kinderbuchillustrationen gemacht hat. Also wunderbares Buch zum Lesen für Kinder ab 10 oder auch zum Vorlesen. Und das Vorlesen macht auch den Erwachsenen Spaß. Also bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.